So, wir sind jetzt hier an Cortina, in 1900 Meter. Wir laufen jetzt schon im See, ich weiß jetzt gar nicht wie er heißt. So, wir laufen jetzt hier an, und wir laufen jetzt hier an, und wir laufen jetzt hier an. Wir laufen jetzt hier an, und wir laufen jetzt hier an. So, wir laufen jetzt hier an, und wir laufen jetzt hier an. So, wir laufen jetzt hier an, und wir laufen jetzt hier an. So, wir laufen jetzt hier an. So, wir laufen jetzt hier an. so fast angekommen am see zwischen jungen italienern die ohne punkt und komma gequasselt haben kann man so viel reden das auch noch in der natur was machen die wenn die zu hause ist aber die haben einen vorteil die können sich radio und fernsehen sparen brauchen die nicht so Das war's. Das war's. Noch zugefroren. Trotzdem ist es geil hier. Guck dir das mal an. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020